Entdecke unterschiedliche Organe, die dein Auge zusammenstellen sowie ihre Rollen innerhalb des Auges und der Betrachtungsweise. Die Hornhaut ist ein feines Gewebe, das den Vorderteil des Auges einzieht, sie hilft dem Auge eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die Pupille ist die gelegte Öffnung im Zentrum des Auges, sie öffnet sich und schließt sich dank der Iris und der Lichtmenge entsprechend. Die Iris ist der gefärbte Teil vom Auge, sie prüft die Lichtmenge, die Pupille durchdringt. Der Cilia-Muskel erlaubt in der Linse, sich anzupassen und die Form für eine reine Betrachtungsweise zu wechseln. Das Kammerwasser ist eine Flüssigkeit, die Linse und die Hornhaut ernährt, sie gibt die Form des Augapfels. Die Linse ist der Seite vom Auge, der hinter der Iris gelegt ist, sie erlaubt im Auge, die Gegenstände nah oder entfernt zu überprüfen, damit er nicht weich ist. Die Netzhaut ist ein Gewebe, das die Binnenwand des Auges einzieht. Die Zellen, die zu sehen erlauben, sind auf der Netzhaut anwesend. Der Sehnerv erlaubt, die vom Auge gesehenen Informationen im Gehirn in Form von elektrischen Signalen zu senden. Die Sclera ist ein Umschlag, der das Weiße des Auges bildet. Der Glaskörper ist ein Gel, der den Inneren des Auges erfüllt. Untertitel von Hervid. Untertitelung des ZDF, 2020